. 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 und das dann ruhig machen. Ja, Niko, ich mein' wir beide sind dann so toxisch und machen so wieder multidracktion. Toxisch. So. 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 Was bei mir? Ja, bei Youtube bin ich eigentlich. Kann man bei der PS4 auch gleich zugucken oder was? Achso, ok. Achso. Ja komm Nico, ich spiel mit und guck dabei mit. Guck dir selber zu, wie du mit Chris spielst. Niko, das müssen wir mal machen, dann müssen wir Schlitzfahr spielen und ihm dann gucken wir ihm die ganze Zeit zu. Ja. Jo, das läuft hier. Oder NicoRainbowStreams leiten. Ich bin Profis. Ach, ich wollte euch noch was sagen. Ihr könnt selbst die E-Mails losschicken mit den Bewerbungen auf unseren Server. Boah. Alter Leute. Alter, ihr seid ja richtig krasse Leute. Ich hab gehört. Aber jetzt mal ohne Kraft. Ich weiß. Du bist oder wie. Leute Leute ey. Ja Nico dich nicht oder wie. Du musst das mal dann in der Party Einstellung umstellen. Ach geht das? Okay, das stelle ich jetzt ein. Wie geht das? Bye. 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 Zulassen. Ah, jetzt auch. Hört ihr mich noch? Jo. Nico, lass Chris nachjoinen. So. Nico, du hast nicht zufällig das Geld für eine Juggernaut-Busse mit Mini-Guy-Niko, oder? Hä? Hast du 500.000? Hä, ich höre mich immer noch nicht im Stream. Echt nicht? Hört ihr mich jetzt? Ach so, Park hier ein. So, Leute. Ja, ihr könnt mir euer Bewerbung da lassen und dann wird meine meine Kollegen das prüfen und euch dann einladen und euch ein Passwort zukommen lassen. Ich hab ein Like da gelassen. Ich hab mal eine Frage. Du bist leidens der Fußballer, Christian, weg. So als Frage. Ja, ich bin eine Fußballmannschaft, ja. Du bist eine ganze Fußballmannschaft? Ja. 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 So, Leute. Das ist meine geile, rosane, mobile Kommando-Zentrale. Schön pink. Gerade jeder abknallen kann. Ich nehm dich aus, Freundchen. Ich nehm dich jetzt auseinander. Hahaha. Jetzt hast du mich drauf angelegt. Ach, warum? Keine Ahnung, meine Stimme ist zu fang, dass sie in deinem Stream landet. Hahaha. Ne, du bist einfach nur zu scheiße, das weiß ich, glaube ich. Ach, Hals, Maul. Wo kommt denn hier Alex? Und, ach, hier, ja, der ist schon hier. Ey, Nico, willst du ein Kopfgeld in Höhe von 9000 haben? Ja, gib mal her. Nö, nö, kurz. Was krieg ich? Ja, ja, das krieg ich. Ich frag Nico. Okay, Chris hat 2500 irgendwas. Was? Alter, da liegt auch nicht viel Kohle, ich habe. Irgendein Fenner schießt mit nem Heli auf mich. Wo bist du denn? Ich hab nämlich auch im Stream. Oh, gut zusammen. Dieser Game, dieser Gumlo, der will unbedingt das Kopfgeld haben. Ach so. Wo bist du denn, Alex? Ich bin ja bei meinem Apartment. Alex, guckst du, by the way, mit deinem Handy auch im Stream? Gut. Mach das mal, ist lustig. Alter, da ist es aber nicht. Es geht richtig hier ab, ey. Sorry, Chris. Oh, ich hab ein bisschen im Chat geschrieben. Schon mal Haftbomben ausrüsten? Oh, jetzt geht's aber hier ab, Alter. Was hält ihr denn überhaupt? Wer ist denn das da vorne? Wer ist Rosa? Ach, da seid ihr. Hä? Das, das siehst du? Das ist Chris. Wo? Das ist ein, das ist ein Random, der, der ist keine Hand. Komm, komm. Jo, wie so, wie sozial war denn der Random einfach? Weißt du, der hat mich zwar geküttelt, Nico, Nico, der hat, der Random da, der hat mich geküttelt, der hat mein Kopfgeld kassiert, hat mir aber ein Viertel von dem Kopfgeld gegeben. Voll, voll korrektet. Nico, zurück, schon mal Granaten, ne? Hallo, Chris. Hallo. Wie die reingehen. Wer von euch, der Name ist jeder? Nein, ich mein, wer ist Pink? Keine Ahnung. Chris, hört man mich bei dir, also, hast du den Street auch gerade bei dir laufen? Nee, ich höre den nicht. Ich hab den separat auf den Computer, aber leise gestellt. Alter, er will die Mobilkommandozentrale abknallen. Ja, will ich auch, ey. Dann check, dann check ich mal mit meinem Handy hier, ob der Street läuft. Ja, check mal. Ja, der läuft super. Der läuft super. Ey, Leute, wartet doch mal, ich will schon seit einer halben Stunde. Alter. Alter, willst du mich gerade verarschen? Das zerstört dich gleich. Ist nicht so, dass ich mich extra selber umgebracht habe. Achso, okay. Max. Hi. Hallo. Hallo. Kommst du auf den GTH, weil wir wollten jetzt eigentlich bei mir den Raub machen, wie süß ich? Ja klar. Äh, das ist okay. Aber mit wie vielen Vorbereitungen noch steht schon noch die zwei die Vorbereitungen, müssen alle außer die Erste noch nicht mehr? Ne, alle, äh, die Letzte noch, die Vorletzte oder so. Äh, Chris, hast du auch noch mal heißt, oder? Ja. Aber bei dem Mikro müssen wir noch, alle außer die Erste noch. Aber wie gesagt, ist denn mal kurz weg? Ich meine, was du gucken, sie ganz schnell. Ich muss noch die, äh... Ja, übrigens, man... Ne? Warte mal. Aber du kannst mal reingucken, Alter. Das sieht schon richtig geil da drin aus wieder, nicht? So wie bei dir. Hm. Wo sind wir alles? Ich hab mal eine Frage, wie viel, wie viel Geld hast du dir bei dem GTA-Generator eigentlich schon wieder geholt? Alter, noch nicht viel. Also, eine Mülle und da hab ich mit dem mobilen Kommandozentral da geholt. Nico, ich bin klein. Ne, du lösst. Für mich. Ich bin ein Fan, ich bin auf deine Windschuss-Scheibe, bitte, Nico. Bitte. Der Polizisten hier, was geht dir gerade ab? Na, auf! Hallo. Hallo. Geht mal rein. Ich bin ein Fan, ich bin ein Fan, ich bin ein Fan, ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan, ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ist einer hinten drin? Nein. Okay. Ey, Nico, ich will, dass du mich abholst. Das hast du. Ja, ich bin da hinten. Steht denn dein Auto da noch rum? Ich warte auf dich. Grüßst du denn? Nico, ich fahr mal mit deinem Auto rum. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ich bin ja auch hier. Du hast keine Kuhn drin. Ach, ach, Chris hat gar keine Innenausstattung. Warum? Ja, guck rein. Geh mal hinten rein. Ich habe meine Ecke. Ja, ich habe meine Ecke. Ja, du färbte Sitze. Ja, hab ich schon gemacht. Ich dachte, ich könnte jetzt Alex abballern. Ja, kannst du bald. Ja, ich wollte ja heute den Raubüberfall machen. Mein. Und dann bei dir noch mitmachen. Und dann habe ich 300.000 und dann wollte ich mir die Geschütze machen. Gleich kaufen. Heute Abend sind Alex und ich bezweckt wegen der Funktion zur Atlantis. Achso. Oh, mir geht es hier drei Sterne. Hilfe, hilf mir doch mal. Er, er, lass mich einfach zurück. Er ist eh unsterblich. Ich bin nicht da drin. Ich bin verzeihend. Ich wollte dich mit deinem Komet abholen. Aua, 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 aua. Ja, dein Komet. Ich lade euch jetzt ein, ne? Du hast die geile Affenmaske, jetzt bist du offiziell frei, Nico. Ja, ja. Ich bin ja gar nicht mal so billig. Wie viel denn? 15k, 20. Ja, aber das ist die geilste Affenwaffe im Spiel, also. Mit der Zigarre, ne? Hä, machen wir jetzt doch überhaupt toll. Aber Chris meint, bei Fimbelwaffe müssen wir nur noch die letzte vorraten. Pazifik. Ei. Wie da. Wie. Ja, im Autor Nummer. 35. 45. 55. 23.